Die Nasolabialfalte kann ästhetisch störend sein und somit kommen viele Patienten zu uns und möchten diese mit Hyaluronsäure unterspritzen. Und diese Behandlung wird hier auch gerade durchgeführt. Der Pfarrherz für plastisch-ästhetische Chirurgie unterspritzt natürliche Hyaluronsäure vom Marktführer und somit verschwindet die Nasolabialfalte komplett. Und wir können uns mit einer glücklichen Patientin verabschieden. Untertitelung des ZDF, 2020